Ja, Junkers Rede gestern in Straßburg. Thema auch in Berlin. Schönen guten Tag. Nach Berlin Kerstin Garmelin, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros der Süddeutschen Zeitung, zuständig für Wirtschaftspolitik. Schönen guten Tag. Frau Garmelin, gestern diese Grundsatzrede von Junker erfordert also den Euro in ganz Europa. Ich frage mich immer noch, ist das Ganze realistisch? Ja, dazu muss man wissen, dass jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union bei seinem Beitritt ja sowieso unterschrieben hat, dass er die Währung einführen wird. Und es gibt da ganz bestimmte Regeln, die auch der Bundesminister Schäuble gestern noch mal bestätigt hat. Und wenn diese Regeln erfüllt sind, kann jeder den Euro einführen, beziehungsweise muss sogar jeder den Euro einführen. Und Junker hat einfach gestern noch mal darauf hingewiesen, dass die Krise im Euroraum jetzt vorbei ist, nach seiner Meinung. Und dass deswegen alle Länder, die jetzt noch ein bisschen gewartet haben, weil, wie es hieß, der Euro auf der Intensivstation liegt. Wenn das jetzt vorbei ist, müssen sie auch den Euro einführen. Alles klar, haben wir das abgehandelt. Vielen Dank noch mal für die Klarstellung. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, was, wie ich hörte, so das große Thema in Berlin ist, nämlich Air Berlin. Am Freitag, also morgen, endet der Bieterwettbewerb um Air Berlin. Jetzt haben wir gehört, die letzten Tage haben sich hunderte Personen des Flugpersonals immer wieder krank gemeldet. Inwiefern beeinträchtigt das jetzt diesen, ich nenne es mal, Übernahmepoker? Also da gibt es gleich zwei Beeinträchtigungen. Einerseits natürlich, dass die Flüge ausfallen. Und wenn dauerhaft Flüge ausfallen, vergeben die Flughäfen die Slots für die Flugzeuge neu. Und das würde natürlich bedeuten, dass Air Berlin wertvolle Assets, wie man sagt, verliert, die natürlich bei den Bietern, die jetzt Air Berlin übernehmen wollen, eine wichtige Rolle spielen. Außerdem ist es natürlich auch so, dass durch die Flugausfälle insgesamt der Wert des Unternehmens sinkt. Lassen Sie uns das noch mal richtig einordnen. Also wir sind jetzt da im Spiel in Sachen Übernahme von Air Berlin. Die Lufthansa ist klar, die wollen alles? Fragezeichen. Und wer will eigentlich was? Also morgen endet ja erst offiziell das Bieterverfahren. Also bis morgen können noch Angebote abgegeben werden. Was man bisher weiß, ist, dass die Lufthansa Teile übernehmen möchte. Die Lufthansa kann als nationale Luftfahrtgesellschaft natürlich nicht den zweiten, den einzigen Konkurrenten voll übernehmen. Da wird das Bundeskartellamt nicht einverstanden sein. Das heißt also, die Lufthansa bekommt Teile. Dann hat der Unternehmer Wörl ein Angebot abgegeben. Er möchte die Air Berlin als Ganzes erhalten. Und dann gibt es noch Angebote von EasyJet und von Condor, die auch sich jeweils auf einzelne Teile der Air Berlin beziehen. Aber wie gesagt, morgen ist erst der endgültige Schluss und morgen wird man weitersehen. Und es kommt jetzt im Prinzip ja auch darauf an, zwei Pakete zu verhandeln, das vielleicht noch zu den Flugausfällen. Es geht einmal darum, wer bekommt die Flugzeuge, wer bekommt die Slots, also wer bekommt diese technischen Sachen von Air Berlin. Und natürlich die zweite große Frage, und das wird auch mit verhandelt, was passiert mit dem Personal. Und erst wenn beide Pakete verhandelt sind, also einmal die Flugzeuge und die Slots und zweitens auch mit den Tarifparteien, mit den Gewerkschaften über die Zukunft der Angestellten entschieden ist, erst dann kann das Kartellamt prüfen. Und das wird natürlich eine lange Zeit noch dauern. Im Bundeswirtschaftsministerium rechnet man bis Ende November. Und dann ist natürlich die große Frage, ob der 150 Millionen Kredit, den die Bundesregierung gegeben hat, um den Flugbetrieb während der Verhandlung zu sichern, so lange reichen wird. Das wollte ich Sie ganz genau gerade fragen. Diese 150 Millionen der Bundesregierung sind ja zugesagt und sie sind ja dafür zugesagt, um Air Berlin sozusagen so lange über Wasser zu halten, dass dann alles in trockenen Tüchern ist. Aber wir wissen ja jetzt, dass alleine diese Flugausfälle der letzten Tage an die 5 Millionen Euro gekostet haben, sagt Air Berlin. Das ist jetzt noch nicht so viel, aber insgesamt glauben Sie daran, dass tatsächlich bis zum Ende des Verhandelns die Summe des Bundes reicht? Also es hängt natürlich jetzt sehr davon ab, wie schnell man verhandeln kann und ob es noch weitere Flugausfälle gibt. Und man muss wissen, dass von den 150 Millionen jetzt 24 schon ausbezahlt sind und dass jedes Mal, wenn Air Berlin dann sagt, wir haben wieder Bedarf, wir brauchen neues Geld, um den Flugbetrieb zu sichern, weitergezahlt wird. Also im Moment kann man sich schwer vorstellen, dass wenn es so weitergeht mit Flugausfällen, dass der Kredit bis Ende November reichen wird. Es ist im Moment auch schwer vorstellbar, dass die Verhandlungen überhaupt so schnell über die Bühne gehen. Also es war Mitte August, als das Insolvenzverfahren begonnen hat, die Rede davon, dass man Anfang Mitte September eine Lösung hat, die ersten beiden Pakete verhandelt hat, noch vor der Bundestagswahl. Jetzt ist die Bundestagswahl in reichlich einer Woche da. Und es sieht nicht so aus, als ob bis dahin die beiden Pakete verhandelt sind. Also es sieht alles nach Verzögerung aus. Finde ich sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die Einschätzung und die Einordnung nochmal zu Ihnen nach Berlin. Kerstin Garmelin von der Süddeutschen Zeitung. Klasse, danke.